... mit einem Diamant-Schwert kaltgemacht. So muss es gewesen sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich hab nicht mal Rüstung angehabt. Das sieht interessant aus, was du da machst, Felix. Was? Das sehe ich jetzt erst. Da von außen diese Treppe mit Nater-Ständen, so das sehe ich jetzt das erste Mal. Oh. Wie viele Folgen steht da schon? 10.500.000 Mal? Nein, das letzte Mal, als ich hier war, noch nicht. Ich habe eine letzte Aufnahme gebaut. Ja. Da habe ich es aber auch noch nicht gesehen, als ich bei dir war. Siehst du? Ich war ja erst am Ende da. Ja, siehst du? Zwei, also das letzte Mal, wo wir es aufgenommen haben. Hier vom Folgen müsstest du dir jetzt stellen, Sean. Ja. Mit den jetzt aufgenommenen gerechnet. Oh. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Und weh, ich habe jetzt vielleicht auch nur ein bisschen was von meinem Kram. Dann stirbst du wirklich. Nein, ich habe extra nochmal geschaut, ob ich was, was ich nicht aufgenommen habe. Ich habe mich sogar extra über einen Erdblock, habe ich mich an der Seite hochgegraben und dann die Erde wieder weggemacht, damit ich nichts aufnehme, was von dir ist. Keine Wunder, kein Wunder, ich hatte ja sowieso noch zwei Rüstungsteile. Ja, ich habe nämlich auch nur noch meine Rüstung und so. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum ich so viel Schaden kriege und du nicht. Felix, 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 wo bist du? Ja, versteckt. Achso. Notbunker. Achso. Ja, eigentlich müssten wir uns alle so einen Notbunker vor Aga einrichten. Felix, bei dir ist es auch schwebender, ey Kacke. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ja, die ist auf dem einen Bergspitze da bei dem Fluss gegenüber von dir quasi. Ja, die schwebt so richtig wie bei einer Säule, kann man sagen. Aber ich glaube, die ist auch natürlich so generiert worden. Ja, bleibt alles so, wie es ist. Ja, ja. Ich wollte es nur sagen, wollte nichts tun. Dafür bin ich viel zu faul. Was kannst du sagen? Fett. Das kann auch hinkommen manchmal. Manchmal? Es kommt drauf an, für was zu fett. Kommt drauf an, was für eine Urteil ist. Oh, es ist nur. Oh, schon um fünf. Jetzt ist es aber wieder schlimm, wie manche Leute. Hi, Felix. Das wiederholt mir ist, was ich sage. Ich will es zum Kotzen. Hallo, Felix. Sepp. Och, Aga. Sorry, ich konnte es mir helfen. Kannst du dein doofes Haustier nicht bei dir gefangen halten? Also, Sepp, da muss ich dich jetzt mal bemängeln. Was? Was? Hä? Ja, er wollte dich gerade als Haustier von Sepp darstellen. Ah. Sepp, fütter mich. Nein. Fütter mich. Stirb. Fütter mich. Stirb. Fütter mich. Ich gehle dich. Ich glaube, wenn du siehst, wie er mit seiner Katze umgeht, Aga, willst du nicht sein Haustier sein. Hä? Absoluter Quatsch. Ärger dich vielleicht mal ein bisschen. Aber wer macht das mit seiner Katze nicht? Ja. Und weil sie so eine Trolle ist wie meine. Wo du gesagt hast, dass sie die Treppe hochgeflogen ist und die Rolle gemacht hat. Der Fug. Ja gut, das war ich nicht. Das war mein Bruder, der sich gejagt hat. Sie hat sich selber gejagt. Ich bin so weggebrochen, wo du das gesagt hast, die Treppe hochgeflogen. Ja, der Fug. Kratzen können es halt. Er wollte James Bond spielen wahrscheinlich. Ja, das Vieh ist schon manchmal echt ganz schön crazy. Ja. Es mautzt die ganze Zeit rum, wenn wir aufnehmen wollen. Aber heute ist auch ein bisschen was rausgekommen. Heute beim Gespräch, das hat mein Vater heute mal erzählt, das haben wir alle noch nie gehört die Geschichte. Was denn? Wie sie mal unseren Hasen, den wir damals hatten, gejagt hat. Oder zumindest wieder in den Käfig jagen wollte. Und der stand halt vor so einem Baum, ne? Ja. Und die Katze rennt halt übel auf ihn zu, weil er ist ja mit voller Geschwindigkeit. Boah, ich kriege, ich kriege, ich kriege ich. Also er springt halt im richtigen Moment hoch und sie klatscht halt voll gegen den Baum. Was willst du hier? Ich strebe mir gerade eine Kippe und damit die Zuschauer auch was sehen, da habe ich mich so hingemacht, dass sie sich beobachten können. Hör auf damit. Deswegen ist sie so komisch. Hör auf. Naja, was soll man machen? Ist ja der Katze. Wird sich der Pädo mal gejagt. Hast du jaagt einen Pädo? Wer hat denn sowas freiwillig? Na eben wollte ich sagen, wir gehen nicht da so freiwillig. Wir müssen ja mal legen, ne? Ah. Flachlegen. Mark, jetzt enttäuscht du mich. Ich habe ihn gerade ausgeschlossen. Das ist gut so. Geh, ich schalte zum Sepp. Lass ihn nie wieder rein. Was? Nein. Der ist doch hin, da. Da kannst du bleiben, Aga. Ja, genau. Da bist du gerne angenommen. Ach, Leute, warum bin ich? Ich freue mich schon richtig. Der will dich in mehreren Hinsichten. Ja. Zweige Minute. Sepp war ein guter Freund. Manchmal nicht. Manchmal doch. Weil wir werden trotzdem so missen. Manchmal war einfach der Don. Der Dum? Ach, der Don. Wolltest du sagen, bezeichnest du den Don als dumm? Nein, ich habe den Don als den Don bezeichnet. Der Don muss halt zuhören, auch wenn man ihn als das bezeichnet, was er ist. Gibst du mir gerade Befehle, du Arschloch? Nein. Ich gebe dir Ratschläge. Das war auch schlimmer. Wie das Speichellecker halt zu machen. Ratschläge geben. Lachen, wenn du irgendwelche Witze machst. Dir dein Essen vorkommen. Aga, du sollst doch nicht vorlesen. Das haben wir dir doch verboten. Was? Dabei könnte dein Gehirn überlasten und durchbrennen. Vorlesen? Wovon redet ihr jetzt schon wieder? Das ist dein Lieblings auch. Gut, das mag wenigstens einer, der es versteht. What the fuck? Sepp hilft mir. Nein. Egal, worum es geht. Nein. Gut, dass du wenigstens einer verstehst. Nein. Ja, wie war das mit dem Glas Wasser, wenn er brennen würde? Hä? Wenn du brennen würdest und ich würde daneben stehen und hätte ein Glas Wasser. Ich würde es trinken. Arsch. Ich bin nicht auf dich bezogen, ich habe mir einen Spruch gezeigt. 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 Ja, auf eine gewisse Art und Weise war das ein Zeigen. So, so. Ja, Aga, dass du, Sepp, ganz andere Dinge zeigst, das wissen wir, aber das will hier keiner außer dir. Wie hat sich das eigentlich entwickelt, dass der Sepp immer das offenbar von solchen Scherzen ist? Normal habe ich das immer mit Felix gemacht. Und er ist der Jüngste. Nein. Er ist der Jüngste. Und? Geistig nicht. Geistig ist das Aga selbst. Ja. Will doch nur unter meinesgleichen sein. Gell, Felix? Boah, pfah. Okay, diesmal schaffe ich's. Diesmal schaffe ich's. Boah, komm. Er ist gestorben. Scheiße. Nee, nee. Aga, jetzt hättest du da ein Bild von dir aufhängen müssen. Da wäre runtergefallen. Da wäre rückwärts wieder ausgerutscht und wäre runtergefallen. Kopf über. Was sonst? Hätte drei Saldos geschlagen, wäre im Wasser gelandet und hätte gedacht, Boah, zum Glück bin ich weich gelandet. Und das Bild an und stört an Herzinfarkt. Naja. Ja, wenn ich das am frühen Morgen sehen müsste zum Aufwachen, ich glaube, da werde ich dreimal durch die Wohnung rennen. Ui, im Kreis oder in der Treieck? Hey, was willst du hier? Hab mich ungeschaut, ob was Neues gibt. Was wolltest du da? Schauen, ob was Neues gibt. Auf der Mitte. In deinem Bett, was hinterlassen soll. Bring ihn um, bring ihn um. Habe ich denn überhaupt noch Wolle? Sehr schön. Du hast doch noch den Aga-Schlechter. Nein, den hat er doch gegessen. Das war das Aga-Töter-Brot-Runk. Och, kann's überhaupt nichts, Aga. Gibt's ja auch noch mal einen Aga-Schlechter. Wie sind das sonst? Aga-Töter-Brot. Gияхard. Nein. Das war das Aga-Töter-Brot. Ach, so Aga-Töter oder so. Ich wäre echt nicht da ... Aga-Schlechter, ja, ja. Naja, wir haben uns die ganze Zeit schon. �ono. Giedern. Na, dass ihr das könntestten. Gälier. Gälier. Sepp, muss ich den Spruch noch bringen oder weißt Bescheid? Welchen Spruch? Achso, ja, lass es gehen. Gut. Bacardi. P. Komm, wir gehen in die feuchte Ecke. Ich hab' ja ganz schön viele Ranken. Sepp, ich würd' mir Sorgen machen, wenn Felix mit dir in die feuchte Ecke will. Das lässt sich schön sitzen. Ich glaub, du würdest auch nie wieder weggehen davon. Ja, eben. Aber feuchte Ecke, Leute, ehrlich. Ja, deswegen bin ich ausgedacht. Fee. Meistens Fee. Geh, Sepp? Mhm. Das ist so, Herr. Achso, wie ist das eigentlich mit dem Schlafen, wenn ich mich ins Bett lege? Ist das deine Spawn schon gesetzt, oder? Ja, normal wirst du der Spawnpoint dann sein, wo du spawnst. Gut. Was wollt' ich doch nur wissen. Gut, gut. Weißt du, Marc, ich hab' keine Ahnung, wo du getrollt hast. Meine Felder sind noch in Ordnung. Meine Kisten sind in Ordnung. Komm' mal auf'n Berg. Bei meinen Turmen hast du was gemacht, oder wie? Wer weiß. Muss ich dir auch noch irgendwelche Berge hochklettern, nur weil der irgendwas angeblich gemacht hat. Am Ende hat er wahrscheinlich gar nichts getut. Und wenn ich nichts getan hab', dann brauchst du ja nicht kontrollieren gehen. Nein. Ich kenne deine Zischotracks. Wahrscheinlich hast du jetzt genau da etwas gemacht. Nein. Gekommst du denn auf sowas? Ach, geschossen dich. Würde doch wirklich niemand machen. Mein Turm. Wo hast du die Leitern jetzt hin? Die hatte ich da reingeworfen. Aber du hast es zu spät gefunden wahrscheinlich. Ey, was, wenn du so lahmarschig bist? Och Mädels. Doch kein Grund sich in die Wolle zu kriegen. Nein, wir kriegen uns nicht in die Wolle. In der Wolle bin ich mit Marc bei anderen Gelegenheiten. Nein. Hat den jemand verstanden? Nein. Wolle. Baumwolle. Bett. Achso. Ich hab's immer noch nicht gerafft. Das macht nichts. Dass du im Bett mit einer anderen liegst. Nicht mit einer anderen. Nicht mit ihm. Doch, gerade mit mir. Nein. 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 Marc, hattest du oben in deiner Pyramide nicht mal Kisten gehabt? Was willst du in meiner Pyramide? Ich bin in meinem Turm. Ich seh von dort aus nur deine Pyramide. Sind oben Kisten drin. Dann werden die mir durch die Entfernung nicht angezeigt, um Entfernung. Würde ich mir Sorgen machen. Also ich seh von hier aus zumindest keine Kisten bei dir drin. Aber du schuldest mir noch drei Kieselsteinblöcke. Was sind Kieselsteinblöcke? Kies. Achso. Wofür Kies? Hä? Ah, du hast ja unten einen Creeper explodieren lassen, du Vollidiot. Ja, aber Kies? Och. Vergiss es. Ich nehm meinen eigenen Kies. Okay. Nee, ich bring dir Kies. Das ist kein Problem. Aber Kies? Ernsthaft? Ist gut. Ich hab's aufgefüllt. Mann, 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 Mann. Dann komm ich hier jetzt lebend wieder runter. Gar nicht. Och, ich find da einen Weg. Ich find da immer einen Weg. Ah, mein Sepp. Hm? Was? Seit wann kann Kies brennen? What? Alles kann brennen. Seit wann ist da Lava? Warum ist die Lava in meinem Wald? Alter. Was? Lava? Was? Hier ist ein Lavasee in meinem Wald. Ja, das wird doch gar nicht aufgefallen. Fuck. Lol. Mal angucken und gleich mal zubauen. Ist hier dummer irgendwo. Nein! Ja, bevor wirklich irgendwas dummes passiert. Nicht zubauen, Sepp. Ich nehm ihn mit. Nee, nicht, dass da irgendwann mal was anbrennt. Das wär gar nicht schön. Ja, wenn sie irgendwann mal mit dem Feuer was ändern und dann auf einmal der Wald brennt, das wär scheiße. Ja, das wär sehr ungut. So, weil das definitiv zu beziehen würde. Hm. Nicht wegmachen, Sepp. Ich hol dir's. Lava. Nein! Oh, Lava. Kannst du dich erstmal beruhig zurücklehnen, Felix. Ah, cool. Ich bin wirklich bei meinem Dschungel gespawnt. Ist ja nice. Ach, wie bin ich denn gerade im Mono gehüpft? Ich hab keine Ahnung. So, denn so, denn da hoch, dann rüber, dann links und dann da vorne grün. Nicht blau. Näh, grün. Näh, grün. Das würd ich in Fall auch, wenn ich's blau nehmen würde. Ach so. Du musst doch wissen, ey. Dann gehst du überhaupt was mit? Ja, sorry. Ach nee, ist nicht schlimm mit dir. Ach, halt die Fresse. Ah, du hast jetzt die Fresse. Alter, was willst denn du jetzt? Jetzt jetzt mal die Fresse, oder was? Alter. Alter. Und ich bin da. Nein! Nein, nein! Geh aus! Ah, fuui! Aus! Aus! Okay, ist doch kein Lava, sie ist nur ein Lava-Ding. Aber trotzdem. Zumachen. Ja, sicher ist sicher. Pui, Lava! Pui! Brede, stirb! Hmm, verkehkomme. Pui! Nein, das ist eine Löhne, die noch nicht erkundet wurde. Oh! Ja, allein schon wenn ich den Lava, du hättest mir jetzt dazu gewusst. Ah, das ist aber Faust Popel. Okay. Da Vog, wieso ist es denn auf? Ach so, während du da gestorben bist. Ah! Nein, weil ich da gestorben bin. Ja, habe ich doch gesagt, weil du da gestorben bist. Felix, ich komme und bring dir dein Kies. Habe ich doch gesagt, brauchst du nicht mehr. Trotzdem, ich sehe mich jetzt verpflichtet dazu. Au, 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 au! Wir würden dich nur besuchen. Alter, 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 alter. Hilfe, Hilfe! Warte, was? Es ist keine gute Idee, zum Felix zu reiten. Seine Treppe ist tödlich. Bin ich hier? Ach, hier. Was hast du kaputt gemacht, du Vollhaust? Nichts, ich habe auf dem Pferd gesessen. Da war mein Kopf in der Decke und das war nicht gut. Hey, meine Treppe ist noch zu was nütze. Ja, um armlose Reiter zu töten, die dir was schenken wollten. So, wer ist heute noch nicht gestorben? Hey, sind alle gestorben, oder? Ja. Oder bist du schon gestorben? Ja, ganz am Anfang schon zweimal. Ja, stimmt es, Felix. Warum frag ich überhaupt? Ey, oh, du blödes, was sollst du die Lava wegmachen, nicht drüber hängenbleiben. Mein, Gaga, bringst du mehr Lava mit? Ja, nachdem ich mein Zeug eingesammelt habe. Hast du Lava? Also Lava hier ist es definitiv weg. Hoffentlich. Oh, Gott! Na, Fokus hat das, Sepp. Hans Gelächter. Achso. Oh, Eis. Da bin ich für den Spitzvergabe gerade. Oh, Fisch und Sepp. Hm. Ich sehe ein Felix in der Luft. Oh, jetzt ist ein Berg und Weg. Mein Zeug ist wieder da. Wo ist mein Pferd hin? Wo ist dein Pferd hin? Ist schon. Wo ist mein Pferd hin? Ist doch wurscht. Wo ist vieles von mein Zeug hin? Hä? Da, Fuck. Hä? Felix, warst du hier unten bei deiner Treppe und hast mein Zeug eingesammelt? Nein, war ich nicht. Hä? Ich bin hier die ganze Zeit da, wo ich baue. Ja, was soll ich? Hä? Ja, sie ist einig, es ist weg. Kann sein, dass das in den ganzen Steinen verteilt ist, weil du in den Steinen gestorben bist. Dass das ein Bug von Minecraft ist. Sepp darf dich aufregen. Ich glaube, ich habe hier oben gerade etwas gesehen. Scheiße. Ja, tatsächlich, ich habe mein Zeug gefunden. Langweilig. 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 Jetzt ist nur die Frage, wo ist das Pferd? So, die sind jetzt schon weg? Die pieren halt rum. Das ist frei. Denkst du jetzt, oh, kein Ager mehr. Kein Ager mehr, der mich reitet. Yay. Das denkt sich der Sepp auch öfters. Äh, ich bin jetzt enttäuscht. Lol, hast du Ofenkartoffeln 45 bei dir? Ja. Die lagen bei mir hier oben. Da fuk. Nein, du kribst hier nicht meinen Berg um. Nein, ich laufe hoch, keine Sorge. Also oben kann ich mein Baumhaus von außen irgendwie. Was ist mit deinem Baumhaus? Ja, Ager, guck. Ich bin das von außen eigentlich. Ich glaube, ich habe schon nie drauf geachtet. Bäume die ganze Zeit da oben. So, zeig mal, wo waren das Fleisch? Vielleicht liegt da noch mehr. Hier, genau hier. Lol. Aber vielleicht ist hier dann noch irgendwas. Hm, lol. Also wenn du hier auf einmal irgendwo mitten in einem Pferd siehst, was eigentlich nicht dahin kommen könnte, dann weißt du, wo es herkommt. Weiß ich jetzt wieder alles? Wenn da irgendwann mal ein Pferd aus der Wand gelaufen kommt. Wir müssten auch noch irgendwo Stiefel von mir rumliegen und neue Hose. Ager, musst du deine Hose immer überliegen lassen. Wir haben dir doch gesagt, das macht man nicht. Meine Fremde. Ja, sag das nicht mir. Ich hatte jetzt auch damit gerechnet, dass es alles da ist, wo ich gestorben bin. Was gestorben? Ja, ich habe es gerade selber gemerkt. Einen dezenten Sprachfehler. Nehmen wir mal. Wollen wir langsam so ganz langsam. Ja, wenn ihr wollt, ja. Langsam, ne? Ja, gut, dann langsam, ja. Also, Schluss machen, ne? Ja, so langsam. So langsam, ne? Ja, so. Bis es nächsten Sonnensatz von Neuen in die Qualen geht. Ja, dann nimmt Felix wieder auf, ne? Wie hier halt. Ja, beim Markt geht ja momentan nicht. Richtig. Ja, also muss der Felix dann. Doch, das klärt sich in den nächsten zwei Wochen, aber verspenden kann ich halt nichts. Ja, ja, das... Jo, jo. Wollen wir schon irgendwie. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Der hat uns nicht mal die Chance gelassen, Tschüss zu sagen. Ich nehme immer noch auf. Ich habe darauf gewartet. Ja, das soll ein Wichser. Der ist der Pro-Gamer Raffi. Der ist bei uns bei Minecraft drin. NTS. Na gut, also. Jetzt ist die Aufnahme beendet. Ciao.